Finanzinstitute erhalten tausende von Anfragen zur Bestätigung von Finanzdaten per Post, E-Mail und Fax. Was wäre, wenn all diese Anfragen an einem zentralen, sicheren Ort eingehen würden und Sie sie auch direkt dort beantworten könnten? Hier kann Confirmation Sie unterstützen. Ihre Bank kann sich für die ausschließliche Nutzung von Confirmation entscheiden. Dies bedeutet, dass Wirtschaftsprüfer Bestätigungsanfragen nur über Confirmation versenden können. Nahezu 600 Banken weltweit nutzen ausschließlich Confirmation. Warum? Banken, die ausschließlich Confirmation für Anfragen nutzen, verzeichnen eine Zeiteinsparnis von bis zu 90 Prozent, eine wesentliche Erhöhung der Genauigkeit sowie eine schnellere Bereitstellung der Bestätigungen an die Wirtschaftsprüfer. All dies führt zu einem besseren Kundenerlebnis. So sparen Sie Zeit. Confirmation eliminiert mehrfache Anfragen und erhöht die Effizienz im Prüfungsprozess. Es müssen keine Papierunterlagen mehr eingescannt, abgeglichen, weitergeleitet, gefaxt oder per Post versendet werden. Nach dem Wechsel zu Confirmation teilte uns eine Bank vor kurzem mit, dass die Bearbeitungszeit pro Bestätigung von 15 Minuten auf 3 Minuten gesunken ist. Wenn jedes Jahr Tausende von Bestätigungsanfragen beantwortet werden müssen, summiert sich das schnell. Alle Nutzer der Confirmation-Plattform werden validiert. Durch die ausschließliche Verwendung von Confirmation für Bestätigungsanfragen schützen Sie die Daten Ihrer Kunden und senken das Betrugsrisiko in erheblichem Maße. Sind Sie bereit für einfachere und sicherere Bestätigungsantworten? Confirmation – schnelle und mühelose Bestätigungen. Jedes Mal.